Rose sticht. Hallo Afrobs, willkommen bei Brieksgansfix. Ich bin der Marco und ihr werdet es erahnt haben, heute geht es um Blumen. Alle 18 Blumen, dazu gehört auch dieses Blatt hier, die ihr hier seht, gehören zu einem und demselben Set, einem Blumenstrauß von Woma. Zu dem Set gehören viele verschiedene Blumen, darunter diese Rose oder diese Tulpe hier oder auch diese Sonnenblume. Schön an dem Set ist auch, dass alle 18 Blumen getrennt eingepackt sind, ist also auch ein toller Adventskalender. 18 Türchen habt ihr schon. Jede Blume hat ihre eigene Teileliste, eine eigene Tüte, die auch entsprechend gekennzeichnet ist und eine Anleitung über zwei oder drei Seiten. Hier wird jetzt die Blume 1-2 beginnen. Zu jeder Blume gehört auch eine eigene Karte, beispielsweise hier diese Chrysantheme oder dieser Hibiskus oder dieser Krokus und diese Jasminblume und so weiter und so fort. Rose sticht. Witzig ist hier auch die Verpackung, denn das Ganze kommt so als aufeinandergesteckte Trommel. Müsst ihr euch hier noch den Deckel drauf vorstellen. Und da drin sind die Tüten und hier habe ich es schon reingesteckt. Zwei von solchen Teilen kann man eindrücken und dann diese Blumen reinstecken. Und das hier ist nur ein Abstandshalter, damit man das hier so erhöht stehen hat. Hier sind Tüten drin, da sind Tüten drin. Das ist so eine große Trommel, wenn ihr das Set bestellt. Ihr wisst, wir haben jede Menge solche einzelne Blumen für 4,95 bei uns im Online-Shop oder in den Stores von Moju oder von Sembo. Aber das hier sind 18 Blumen für 49,95. Also ein sehr guter Deal pro Blume. Und wie gesagt, das sind drei Viertel eines Adventskalenders. Diese beiden Vasen sind momentan leider nicht lieferbar. Ich hoffe, die kommen wieder. Aber diese Vase hier ohne Inhalt, aber mit schicken Prints, ist momentan bei uns verfügbar. Dann habe ich hier noch einige weitere Blumenstrauß-Sets von Panlos, von Forange, die von Forange sogar mit LED-Streifen dabei und diesem schicken Packpapier. Erinnert euch an die anderen Videos, das gehört dazu. Und hier ist noch ein Blumenstrauß von Sembo. Für Noppenstein-Enthusiasten wie mich vielleicht auch interessant. Hier sind ein paar spannende Teile drin, die ich so woanders noch kaum oder gar nicht in den Fingern hatte. Beispielsweise die hier. Sehr cool. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. Kontra!